Oh, ich höre alle Tierchen jetzt. Ja. Oh, ist das schön. Ja. Und ich stelle fest, lieber, lieber Dera. Ja. Wir sind schon auf Sendung. Was? Ja. Lündis kleine Bell? Ja. Yay. Ja. Ja, cool, jo. Hm, ich habe nur gerade festgestellt. Ja, was denn? Mein Seil ist weg. Welches? Das, womit ich das Kätzchen angebunden hatte. Ja, wo ist es denn hin? Das weiß ich nicht. Das heißt, ich muss den jetzt erstmal hier parken. Hattest du das gefressen? Nee, aber ich muss erstmal auch die... Du musst halt stoppen, die Hunde folgen hier, glaube ich. Ja, ja. Ergo, ich fliege jetzt darüber. Äh, ja, okay. Und dann machst du was? Hoffe ich, dass ich die Hunde erst porten, wenn ich da oben bin. Oh mein Gott. Ah, Hunde-Gulasch. Oh nein. Und Ratten-Gulasch gleich. Ich sehe schon, komm, ich höre es fieten. Ha, da sind sie. Oh, ich höre die Ratten-Fieten. Ja. Ist das toll. Und nicht deine Hunde schlagen, die gerade die Ratten schlagen. Ah. Ja. Wie sie fieten. Ja. Das ist cool. Ach, ich höre das nämlich jetzt auch, weil genauso wie Lüni jetzt bei mir ja auch immer hört, höre ich auch bei Lüni. Es ist total... Ja, kommt rein, Jungs. Es ist total toll. Rein hier. Wo ist der andere? Hunde-Gulasch. Weiß nicht. Oh nein. Warum bin ich eigentlich außen rumgelaufen? Ich habe keine Ahnung, weil du es kannst. Wahrscheinlich. Lass dir nochmal hinsetzen jetzt. Ja. Und geh mal den anderen suchen. Ich gehe erst mal schlafen. Und koche dir ein schönes Gulasch von. Ja. Ja, aber bevor es jetzt hier mit diesen Makaberheiten weitergeht... Sagen wir erst mal, hallo zusammen. Hast du das wohl noch gar nicht? Nein. Du wirst nachlässig. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier mal wieder bei Lünis Kleiner Welt. Da ist mein Freund. Hat der schon einen Namen? Die haben keine Namen. Ja, aber man kann ja so tun, als hätten sie welche. Komm mit. Auch wenn man sie nicht von anderen verscheiden kann. Ja, ich Hugo und Igo. Ja, aber das läuft auf Deutsch ja nicht. Ich weiß. Ich würde diesen Hund gerne Gulasch nennen. Äh, Gulasch und Steak? Naja, für den anderen muss man sich noch was einfallen lassen. Bei der nächsten... Komm rein jetzt. Bietet eine Gelegenheit, kann man sich ja was einfallen lassen. So. Aber für ihn war die Gelegenheit da Gulasch. Ja. Also das ist Gulasch. Ja. Okay. Sehr geil. Boah. Schildifien wächst weiter. Ja, weil du musst echt was Größeres, weil es steht ja langsam Tierköderei. Ja. Muss ich mir was einfallen lassen? Ja. Ich baue jetzt erst mal Stricke. Für? Äh, ein neues Seil. Ach so. Ja. Dein Inventar. Ach, das ist ja wie bei Zauberer und Maschinen. Dein Inventar ist ja ganz toll. Ja. Hab ich nicht letztens erst Inventar? Äh. Ja, ja. Bestimmt. Bestimmt. Lüni, wir haben die Comments. Echt? Ja. Ah, cool. Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. Ja. Das ist ja cool. Ja. Also es gab ein paar Vorschläge noch wegen Katzennamen. Mhm. Darum ging es ja in der letzten Folge. Der Name. Ja. Deine Mieze, also eine Großmietzekatze. Ja. Echt? Ja. Und, aber trotzdem wurde auch sehr häufig geschrieben, der Name soll, ach da Zombie, der Name soll bleiben. Ja. Und, ja, deswegen, ja. Bleibt der Name jetzt. Ja. Der bleibt Schirkan. So, so. Ja. Ja, das ist ja... Ich finde den Namen nämlich auch echt klasse. Na denn? Ja. Ah! Au! Ja, das war knapp. Das solltest du nicht so oft machen. Nein. Das ist nicht gut für die Knöchel. Nee. Definitiv. Du bist oben, ne? Ja. Du bist ja schon groß. Ja, schon gut gewachsen. Ui. Ui, ui, ui. Der war aber eben noch nicht so groß. Nee. Wachsen die so schnell? Ja. Eieiei. Na komm. Komm mit. Du brauchst bald schon wieder ne neue Peitsche. Ja. Das ist schrecklich. Das stimmt. Das ist ja echt schrecklich. Aber es gab noch mehr Comments, Söni. Echt? Ja. Cool. Weil, ähm, ach ja, einer. Äh, der, den fand ich ganz lustig. Aha. Weil der wurde mir auch schon quasi oft gestellt. Oder hin und wieder mal. Und den hab ich zumindest auch schon paar Mal beantwortet. Ob der nicht hoch, ob der nicht Terraria was für dich ist? Äh, nee. Nee, sag dir. Nee. Nee, sag ich. Weil? Äh, ich mag's einfach nicht. Das ist, ich muss ein Spiel mögen und dann spiel ich's auch gerne. Ja. Stehen nicht die Namen von den Typen, nee. Doch. Ah. Da hättest du dann auch diese Kinder von der Torte suchen können und so's. Stimmt. Ja. Oh nein. Tja. Naja. Auf jeden Fall. Was braucht ihr? Ihr braucht Glas. Ah. Ich hab Platz im Inventar. Ah. Na, ich bin ja mal gespannt. Hoffe ich. Nicht. Ach, geh doch mal aus dem Weg. Ja, hast du? Hattest du? Ist? Ja. Ah, sehr gut. Yay. Wow. So. Wenn du weiter so vorankommst. Ja. Wow. So, ich hab kein Glas. Verdammig. Tja. Kech gehabt, würd ich sagen. Dann muss ich mal wieder Sandschaufeln gehen. Weil, Thema Sandschaufeln. Es gab einen Kommentar. Aha. Ja. Wann ich denn mal wieder zu den Indern gehe. Oh nein. Oh doch. Warum? Weil Sandschaufeln ja eigentlich ganz okay ist. Wer sagt denn sowas? Warum machen die Leute denn sowas? Das weiß ich nicht. Guck mal, Leder. Nee. Lasagne. Nee, ich hab keine Äpfel dabei, verdammt. Hä? Äpfel? Ja, es gab einen Kommentar. Ich soll doch ein zweites Pferd für den Pegafin als Gesellschaft zähmen. Ach so. Ah, Götzchen. Da muss man natürlich dazu sagen, es war trotzdem Leder. Das stimmt. Lasagne. Boah, der war jetzt schlecht. Ja, beim ersten Mal kam er gar nicht an. Das war ja fast noch schlimmer. Beim ersten Mal hatte ich nur Leder verstanden. Ach so. Ja. Tja, so hörst du mir zu. Und nichts von Lasagne. Tja. Welches soll ich eigentlich zähmen? Wenn sie noch da sind, sind noch da. Also ich bin nach wie vor für Leder. Aber, äh, if got a catch em all. Äh, nee, so viele Äpfel hab ich nicht. Schnapp sie dir alle. Aber da ist noch ein gutes Thema zum Ansprechen. Aha. Ja, nämlich. Äh, wieso fängst du ja jetzt noch mit Pferd? Wir sind ja aktuell eigentlich am Umstellen. Ja, stimmt. Aber ich möchte doch auch die Kommentare bearbeiten, sozusagen. Aber die Pferde sind weg. Oh nein, die spawnt. Verdammt. Hast du mir eben überhaupt zugehört? Ja, wegen Umstellen. Ja. Sind wir gerade bei. Ja. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ja. Ich krieg zwar die Welt konvertiert. Ah. Aber. Aber. Äh, den Häusern von einigen Leuten fehlen dann so ziemlich viele Blöcke. Nämlich die, die jetzt von Millenair eingefügt wurden. Was machst du? Ich warte hier auf die Handeltante. Achso. Da. Ja, und das ist natürlich ein Problem, nech? Was braucht ihr denn? Ja, das ist definitiv ein Problem. Weil. Ich kann dann nicht. Die haben keine Häuser mehr. Und auch keine Kisten. Ja, besonders schlimm ist bei den Indern, nech? Ja. Die haben gar nichts. Mit ihrem Schüsselwizzle-Stoner. Das Einzige, was noch stand, was ich gesehen habe, war das Hauptgebäude, was wir schon in Sandstein umgearbeitet haben. Ja. Ja. Ach, die bauen eine Schweinezucht. Schweinchen. Schweinchen. Yay. Nice. Wo kommt die hin? Nice, nice, nice. So. Was ist das? Das ist Holzfällerhütte. Das ist Gasthaus. Die Karte ist toll. Ja, ne? Sehr toll. Ja. 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 Ja, cool. Ja. Und wenn was rosa ist auf der Karte, dann wird das gerade gebaut. Ah. Hey. So, so. Nicht abhauen hier. Ja, aber wie gesagt, wenn du jetzt ein Pferd fängst, dann ist das ja eh nicht, also das kannst du ja nicht vermeiden, dass Müller denn ja die Tiere zurücksetzt. Du meinst more creatures? Äh, ja, natürlich. Richtig. Das wird dann so sein, dass ich halt dann nur noch meine zwei Hündchen habe. Weil die sind ja von Minecraft original. Nein. Aber da willst du ja eventuell dann zwischendrin mal wieder schnell einen neuen Pegasus machen vor so Lules. Ja. Um den Umstieg nicht ganz so hart zu gestalten. Knurr nicht so, mein Süßer. Hä? Knurrt der? Ich hör's doch. Hallo? Ja, er hier. Hallo? Knurrt der? Ja. Ach, na ja. Es geht aber lauter. Das stimmt, wenn sie einen angreifen. Also für die Größe ist das ja schon schnurrend fast. Das stimmt allerdings auch. Aber, aber, oh, es gibt noch ganz viele Comments. Gab mir jetzt noch ein paar Bauideen. Ja, da bereite ich gerade vor. Machen wir noch die anderen Comments vorher. Äh, äh, kann ich die Bauideen nicht schon mal sagen? Ja, ich will die gleich direkt hier... Achso, na dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Puh. Dann jetzt einen anderen Comments. Wenn du was nicht findest... Ja. Dann sollst du doch einfach dir die Sachen reinspawnen. Insta spawnen. Ja, da wird der Insta-Spawner vom More Creatures gemeint. Ach so, Viechzeugs. Ja. Also Tiere meine ich natürlich. Ja, Tierchen. Ich dachte jetzt Items. Nee. Ah. Tiere. Das ist damit gemeint. Es gibt nur ein Problem. Was denn? Ich cheate nicht. Yay. Sehr gut. Das ist doch... So muss es sein. Da ist ein Panther. Ein Panther? Ein Panther. Der ist aber schwarz für einen Panda. Panthea. Sind die nicht eigentlich auch weiß und schwarz? Ach, du bist doof. Und ich habe keinen Optifine. Ja. Tut mir leid. Mano. Es wird alles besser dann. So. Hoffe ich mal. Ja. 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 Ja, ich habe gerade kein Holz. Ja. So. Ja. Und hast du jetzt eigentlich beantwortet, wann es mal wieder Interaction gibt? Wegen dem Comment? Ähm. Ja. Sobald ich dann mal hier upgedatet habe. Wir sind dran. Der Dera wird es auch noch mal probieren. Ja. Aber wenn ihr natürlich da eine Idee habt oder das schon mal gemacht habt, so eine Millionär-Welt geupdatet. Wir werden euch für viele Tipps dankbar. Nee, nicht für viele. Für einen reicht einen richtigen. Ah, okay. Oder so. Wie gesagt, wir sind halt selber gerade noch dran. Aber wie gesagt, das ist halt das Problem mit den verschwindenden Blöcken. Also wenn man dann noch irgendwas Spezielles mit der Welt machen muss vorher. Ich weiß es halt nicht. Ja, wäre echt gut zu wissen. Spezialbehandlung. Wenn jemand von euch sowas schon mal hatte. Bitte, bitte. Hilfe. Ich will euch doch die ganzen neuen Tiere zeigen. Es soll... Ja. Ja. Ich wollte jetzt direkt schon übergehen. Ja. Ja. Darf ich? Ja. Oh, dankeschön. Bitteschön. Es soll ein neues Gedichtthema hier auch für Lundisfeier der Welt, glaube ich, dann scheinbar genannt werden. Da habe ich doch das Perfekte. Ja? Ja. Nämlich? Panda und Panther. Ah, hervorragend. Ja, das gefällt mir. So. Und daran denken, nicht zu lang, dass man es auch... Ups. Ja. Ich mache hier Krach immer mit dem Block gerade. Entschuldigung. Nee, dann musst du dich ja nicht entschuldigen. Ja, doch. Ich bin ja schuld. Nein, jedenfalls nicht zu lang, dass man es halt im Let's Play auch... Genau. Du kannst nur nachts schlafen. Im Let's Play auch aufzählen kann. Richtig. Ich habe mal deinen Satz beendet. Danke, aber ich habe dir vorgelesen, was da steht. Ja. Gute Nacht. Weil du kannst nur nachts schlafen. Ja, jetzt schlafe ich. So. Jetzt kann ich dir... Jetzt darf ich... Bin ich jetzt gut genug, dir die Bauideen vorzutragen? Jetzt auf einmal. Na, ich hoffe, das läuft jetzt auch. Warst du vorher auch schon. Aber? Na dann. Durfte ich nicht. Ach, die sollen einfach nur... Ach so. Ich dachte, du baust dann direkt Sachen. Nein. Schild. Ein Gartenhaus. Ach so. Ja. Machst du das. Ja, super. Ein Stall. Steht schon da. Da. Ah. Das sieht aber... Lüni, das sieht niemand, wenn du auf dem Bildschirm zeigst. Das muss ich ja jetzt mal... Also, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber... Da. Da. Das sieht niemand. Ja. 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 So, okay. Jedenfalls ein zweites Pferd. Ach so, da bist du ja auch dran gewesen. Ja. Aber hat ja nicht immer mehr für Lasagne gereicht. Dann sollst du Statuen... Was für Statuen? Statuen für Deko. Vom Dera. Ja. Ja. Du sollst eine Minecart-Treppe machen, dass du da immer rumdüsen kannst. Ah, ja. Das, äh... Ne. Das glaube ich auch nicht, weil ich meine, der Gold ist ja Gold für so komische... Rails. Und ganz ehrlich, das hebe ich mir lieber für andere Sachen auf. Ja, für so komisches Kätzchen-Schnickschnack. Ja. Ja. Ja, Kätzchen-Schnick-Schnack. Ja. Ja. Noch was? Oh, ein Kamin. Aber da fackelst du doch bestimmt nur dein Haus mit ab. Oh, ne. Das glaube ich nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. So. Das lassen wir mal die Zeit zeigen. Hab ich denn hier schon irgendwas davon erfüllt? Ich hab keine Ahnung. Blumenbeet. Gah? Wunderschön. Blumenbeet. Oh mein Gott, ist das hässlich. Das stimmt. Äh. Hast du jetzt schon, das ist schon zweimal Treppe. Was ist das immer für eine Treppe? Einmal war eine normale Treppe und einmal war eine Rail-Treppe. War eine Rail-Minecraft-Schnick. Ich muss es auch schreiben, Lundi. Oh, Katze-Zähm. Ja, gut. Wildkatze war das aber. Ne, das war schon. Echt, war das eine kleine? Aber die Höhlenerforschung hat man ja gemacht. Aber du hast eine... Ja, jetzt ein kleines Kätzchen. Eine Wildkatze hast du ja gezählt. Ja, aber die Höhlenerforschung hat man im Livestream gemacht. Ja, ja. Ja. Du hast ja absolut recht. Ja. Ja. Was denn? Monsi, Monsi. Na. Oh, ein Panda? Ne, ein Zicke. Ja, ich brauche Leder. Ja, aber die Pferde... Ja, die Pferde dürfen leben. Ja. Ja. Nämlich. Wie viel Leder hast du denn mittlerweile wieder? Ein bisschen. Da kannst du ja schon fast wieder... Hast du noch Großkatzen... Ich brauche noch zwei, also drei Großkatzen-Clown. Ich gehe mal in die Hö-Hö-Höte gucken. Hö-Hö-Hö-Wat? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich gerade für ein Sprachproblem hatte. In die Höte? In die Höte, ja. Guck mal in die Höte. Hä? Na, da schau einer her. Na, da schau einer an. Da mache ich jetzt noch eine Peitsche. Ja. Sag schon mal, haben wir noch Kommens, Dera? Nee. Nee? Das war aber eine Frage. Ja, gut. Nein, du sagst, frag schon mal. Dann sage ich jetzt... Was? Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Ja. Ich bin für heute durch. Und fertig. Ich bin sowieso durch und fertig mit Nerven. Ja, ich auch. Ja. Piep, piep, piep. Wir haben euch alle lieb. Sowieso. Mein Tigerchen ist fast erwachsen. Und was machst du denn? Was kannst du denn mit dem machen? Der läuft mir hinterher und beschützt mich. Kannst du damit die Millionär-Tupen auslöschen? Werden sie nicht. Ich lösche die nicht aus. Also könnte ich. Wahrscheinlich. Na, nein. Ja. Nächste Folge, wa? Nee. Nächste Folge. Wie gesagt, wir werden weiter probieren, die Welt abzudaten. Und die miesen Millionärs auszulöschen mit Raubkatzen. Ja, ja, ja. Raubkatzen-Invasion. Nee, 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 nee. Oder Panda-Invasion. Nämlich im neuen Millionär gibt's Pandas. Ach, echt? Ja. Ach so. Eben. Ja, na dann. Ganz viele neue Tiere. Dann wirklich Panda-Invasion. Na dann. Ich bin jetzt raus. Panda. Ich bin jetzt raus. Und du auch. Wo denn? Ja, hier. Aus der Aufnahme. Ach so. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.